Alles klar, Leute. Legen wir los. Live aus Hollywood, Kalifornien. The Dating Game. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Auf der Bühne solltest du einfach nur lächeln und lachen die ganze Show über. Kannst du das für mich tun? Ja, mach. Danke. Kamera, bereit machen für den Zoom. Begrüßen. Hi, Cheryl. Bachelor Nummer zwei. Hallo, Cheryl. Und zu guter Letzt begrüße unsere Cheryl. Bachelor Nummer drei. Wir werden zusammen eine Menge Spaß haben, Cheryl. Ich habe nicht viele Dates. Ehrlich gesagt habe ich gar keine. Und wieso bist du dann zu The Dating Game? Meine Agentin meinte, ich werde dadurch gesehen. Und war es denn so? Wenige mögen das Rampenlicht. Denn dafür muss man mit sich selbst im Reinen sein. Mein wahres Ich habe ich nie versteckt. Hast du das Foto geschossen? Egal, wie sie sich ausdrücken. Die Frage hinter allen Fragen bleibt immer gleich. Juhu! Okay. Und wie lautet die Frage? Wer von euch wird mich verletzen? Ja, wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020